Ich kann mich erinnern, ich habe mit 13 meine ersten Songs geschrieben. Ich hatte ein Keyboard und einen ganz, ganz schlechten Windows-PC, der extrem langsam war. Aber ich habe mit diesen kleinen Sachen schon angefangen, irgendwie aufzunehmen und mich in diese Materie reinzuleben. Und bis jetzt, glaube ich, habe ich mich auf eine Weise weiterentwickelt, wo ich sagen kann, ja, ich glaube, der Weg hat sich gelohnt.